Willkommen zum nächsten Trading Tipp in FIFA 17 auf meinem Kanal Heute gibt es meinen Trading Tipp mit dem ihr sichere Coins machen könnt und zwar mit BPL Spielern und natürlich mit Bundesliga aber da mache ich nochmal ein extra Video Seht ihr ein Pinia für 450 habe ich drauf geboten nochmal ein Pinia, also 3 Pinias für 450 drauf geboten Phil Jones für 550 drauf geboten und für 500 Dann zeige ich euch jetzt erstmal das ein paar weggehen Hier, da, kurz anderes Thema Bei dem habe ich 1100 Profit gemacht Bei dem habe ich 1100 oder ein bisschen mehr, 1200 Minus gemacht Bei dem Lecky habe ich 500 Plus gemacht Aber kommen wir alles noch später dazu Also im anderen Trading Tipp Jetzt kommen wir hier, kommen jetzt die BPL Spielern Habe ich in Pinia für 450 verkauft Aber das war vor 2, 3 Tagen Hier nochmal, Suare auch Hier, das war schon gestern 600, hier 450 Mit Secklenburg würde ich das nicht mehr so empfehlen Und hier nochmal ein Bayern-Bappen Ja und hier ist halt nichts mehr So, Beobachtungsliste haben wir immer noch da So, jetzt zeige ich euch, was man eingeben muss Spielersuche Gehen wir erstmal auf Pinia Doppel A geschrieben Bei dem schreibe ich mich immer So, guckt hier 600 Oh Geben wir erstmal beliebig, beliebig, beliebig 600 ein Gibt es nicht auf dem Markt 700 Gibt es ein paar auf dem Markt Also könnte man locker für 700 Also könnte man locker für 700 reinstellen Wenn ihr hier so 700 Und so kommt noch an wie viel Coins ihr Profit machen wollt Sagen wir mal jetzt 500 Das reicht 200 Coins Könnt ihr dann hier überall anbieten 450 Gibt es noch einen Spieler Und zwar Dann gehen wir mal beim Jones So, gibt ihr wieder 700 ein Gibt es nicht auf dem Markt 800 800 auch nicht 850 Also easy für 850 Könnte man den weghauen Aber wer ein bisschen nicht lange warten will Der haut den auch schon für 800 weg Wieder 600 Oh shit, den packe ich mir auf der Beobachtungsliste Kellenberg So, 450 Oh 450 Gibt es voll viele auf dem Markt wahrscheinlich Was? Gar kein Aber 500 kann man den jetzt auch verscheuern Nice Okay, sagen wir mal dann 350 Für 350 kriegt man manchmal Einen Oh hier Beobachtungsliste wieder Neuen Spieler gefunden Nauten heißt er Keil Nauten So, wieder wegmachen 500 wahrscheinlich Ne 600 Ja, für 600 gibt es viel auf dem Markt So, für 500 auch Äh, für 550 auch Für 500 gar keinen Also kann man easy für 400 Ich stelle coins Aber der dauert noch 5 Stunden Bei dem biete ich nicht drauf Über boten Äh, Phil Collins Kann dann weg Aktuelles geboten Der kann auch weg Leider verboten Bei dem drauf bieten Naja, bei dem lohnt sich das jetzt nicht mehr Wirklich Also Freunde, falls euch das Video gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt Ich denke mal so ab 35 bis 40 Likes die nächste Folge Macht's gut Und ciao